Bei Amazon Geld sparen? Das geht? Das geht! Ich zeige euch wie. Kommt, ich mache euch mal ein Video. Hallo Leute, herzlich willkommen in meiner Rubrik, ich mache euch mal ein Video. Heute geht es darum, bei Amazon Geld zu sparen. Und das ist ganz einfach. Wenn ihr mich unterstützen wollt, benutzt einfach meine Links unten in der Videobeschreibung, unter anderem auch an einen Amazon-Link. Bestellt, es kostet euch keinen Cent mehr, aber ich kriege eine kleine Provision für meine Mühe, euch diese Videos zu produzieren. Und dann kann es jetzt auch losgehen. Es gibt zwei Möglichkeiten bei Amazon Geld zu sparen, beziehungsweise zwei, die ich gefunden habe. Das erste ist vor allen Dingen auch für Familien sehr, sehr, sehr interessant, weil es da auch um größere Mengen geht. Und zwar das sogenannte Abo-Modell. Wie man das einstellt und wie man das verwaltet, das zeige ich euch jetzt. Ihr geht auf die Amazon-Seite und sucht zum Beispiel euch Haushaltswaren raus. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Duschgel Abo. Dann seht, guckt ihr hier rum. Dann seht ihr hier zum Beispiel Abo-Rabatt. Das heißt, ihr könnt dann bei diesem Duschgel hier zum Beispiel, kriegt ihr sechs Stück A250ml zu dem Preis. Und als Abo kriegt ihr diesen Rabatt da drauf. Das heißt, ihr geht dann hier drauf. Und dann seht ihr hier zum Beispiel noch einen zusätzlichen Coupon, den ihr einlösen könnt. Macht das auf jeden Fall. Je mehr man sparen kann, umso besser. Und dann seht ihr hier den Preis von dem Abo. So, dann könnt ihr euch hier zum Beispiel aussuchen. Ihr möchtet das Abo alle zwei Wochen bekommen, drei Wochen bekommen, Monat bekommen und so weiter und so fort. Bis zu sechs Monaten. Dann richtet ihr euch das hier ein. Sagt zum Beispiel, ja, sechsmal Duschgel, das reicht bei mir für zwei Monate. Klickt dann auf Einrichten. Und das macht ihr bei allen möglichen Produkten, die ihr dann hier seht. Dann könnt ihr das hier aktivieren. Habt ihr dann, das macht ihr bei so vielen Produkten, wie ihr mögt zum Beispiel. Ihr könnt es auch zum Beispiel, ich sage jetzt mal, was kann eine Familie noch gut gebrauchen, in großen Mengen. Waschpulver, waschpulver Abo. Klickt dann da drauf und guckt mal hier runter. Dann seht ihr hier ganz viele Waschpulver, die ihr dann auch hier einstellen könnt, genauso wie ich es euch gerade gezeigt habe. Was wäre für eine Familie noch interessant? Zum Beispiel wäre für eine Familie noch interessant Spülmaschinen-Tabs. Auch als Abo, bitte. So, und dann seht ihr hier auch ganz viele Sachen. Hier seht ihr auch wieder Abo-Rabatt, blau und blub. Bestellt euch das so viel und dann ist eine sehr gute Sparmenge dann erreicht. Der Tipp ist noch, der zweite Tipp dazu, habt ihr 5 Sparabos, bekommt ihr nicht wie hier drauf 10% Rabatt, sondern ihr bekommt sage und schreibe diese 15% Rabatt. Habt ihr euch, sage ich jetzt mal, für 5 Produkte entschieden, dann geht ihr auf eure Listen und geht hier auf Abos verwalten. So, dann seht ihr hier eure ganzen Abos. Könnt auch hier zum Beispiel bei diesem Button nochmal ein Abo hinzufügen, wie ihr wollt. Und dann seht ihr hier zum Beispiel, dass ihr hier 5 Sachen habt. Ihr auch 5 Sachen habt, zum Beispiel. Hier habt ihr zum Beispiel noch mehr. Man könnte zum Beispiel auch hier auf Überspringen gehen. Das heißt, für diesen Monat möchtet ihr dieses Produkt nicht haben. Und das wird dann 4 Monate später euch geliefert, wenn ihr zum Beispiel 4 Monate eingestellt habt. So einfach, so easy ist das mit den Abos. Wie gesagt, ihr könnt hier, hier steht das dann drauf. Wird am Sonntag, den 1. Mai, habt ihr die letzten Tage, um das zu bearbeiten. Und hier seht ihr zum Beispiel dann bei Sparabos, seht ihr dann hier alles nochmal ganz konkret. So einfach ist das. Und gerade für Familien, die eh viele Dinge brauchen und auch größere Mengen brauchen, für die ist das ideal. Ihr habt dadurch ein Sparpotenzial dann immer von 15 Prozent, wenn ihr euch 5 Produkte holt. Und so könnt ihr dann richtig sparen. Und da wir alle kein Geld zu verschenken haben, gerade in diesen Zeiten, ist das sehr, sehr gut. Nun kommen wir zu der zweiten Aktion. Und zwar, gerade bei technischen Produkten, gibt es sogenannte Versandrückläufer. Oder zum Beispiel Warehouse Deals. Das sind zum Beispiel Versandrückläufer, Produkte, die geöffnet wurden, wieder zurückgeschickt wurden, etc. etc. Die meistens wirklich nur ausgepackt und dann wieder zurückgeschickt wurden, weil es den Leuten nicht gefallen hat. Ich finde das eine sehr gute Sache. Auch meinen Großteil des Equipments hier habe ich als Warehouse Deals, beziehungsweise als Versandrückläufer geholt. Es gäbe auch Sachen, wo ich jetzt sagen würde, wäre ich jetzt nicht so angetan, wie zum Beispiel jetzt hier in ihr Kopfhörer, würde ich aus hygienischen Gründen jetzt nicht als Versandrückläufer holen. Das wäre wirklich eines der wenigen Produkte, wo ich sagen würde, jo, das hole ich mir neu. Aber ansonsten, ich sage jetzt mal hier so ein Repeater, geht hier zum Beispiel drauf und dann seht ihr hier zum Beispiel verschiedene Details. Gebraucht, sehr gut, verkauft von Amazon Warehouse Deals, da würde ich auch drauf achten, weil dann wisst ihr, dass das auch absolut von Amazon ist. Und falls ihr dann doch mal irgendwelche Probleme mit dem Produkt habt, ist das bei Amazon sehr, sehr einfach dann auch zu lösen. Ihr könnt auch zum Beispiel hier drauf klicken, da werden euch dann alle möglichen Sachen angezeigt. Gebraucht, sehr gut, wie ihr es gerade gesehen habt. Dann zum Beispiel den Neupreis, das heißt, ihr spart hier alleine schon mal ganze 7 Euro. Nur weil es einmal ausgepackt und zurückgeschickt wurde, ihr spart 7 Euro. Mal eben so, für nichts. Und dann gibt es auch zum Beispiel hier den Filter. Dann könnt ihr auch zum Beispiel dann einfach gebraucht machen. Dann seht ihr nur die gebrauchten Sachen. Gebraucht, sehr gut, gebraucht, sehr gut. Gebraucht wie neu zum Beispiel. Gebraucht, sehr gut. Und so weiter und so fort. Packt euch dann dieses gebrauchte Teil dann in den Warenkorb und kauft es ganz einfach. Und ihr tut damit ja auch was für die Umwelt, weil so müssen die Produkte alle nicht vernichtet werden oder vergammeln in irgendwelchen Regalen. Das ist nachhaltig. Das ist wirklich nachhaltig. Ihr könnt es auch zum Beispiel ganz normal machen. Ihr geht, sage ich jetzt mal, über die Amazon-Seite, gebt jetzt zum Beispiel diesen Repeater ein. So, einfach mal einen Repeater eingeben. Da haben wir zum Beispiel einen. Und ihr seht hier auch zum Beispiel schon gebrauchte und neue Artikel. Das heißt, ihr geht dann einfach mal hier drauf. Lest euch hier alles durch. Guckt mal, ob das Produkt für euch generell interessant ist. Und wenn ihr sagt, ja, das Produkt sieht interessant aus, dann guckt ihr einfach mal weiter runter. Und hier seht ihr dann wieder diesen Button Neu und Gebraucht. Dann klickt ihr hier drauf. Dann seht ihr wieder Gebraucht, sehr gut. Gebraucht nicht, sondern Neu. Und so weiter und so fort. Und ihr könnt auch wieder hier den Filter einstellen. Gebraucht wie Neu. Gebraucht sehr gut. Gebraucht gut. Gebraucht akzeptabel. Könnt ihr hier alles einstellen, wie ihr es haben wollt. Denn je schlechter die Versandrückläufer sind, umso günstiger werden die auch. Aber ihr habt volle Ansprüche auf Garantie, Gewährleistung etc. Plus, die Produkte dürfen nur optische Mängel haben. Die dürfen das Produkt als solches nicht beeinträchtigen. So, und dann seht ihr hier zum Beispiel Gebraucht sehr gut. Gebraucht wie Neu. Und so weiter und so fort. Packt es eben einfach ganz normal in den Einkaufswagen und bestellt es euch. Und dann habt ihr auch etwas für die Umwelt getan, weil die Produkte nicht irgendwo rumgammeln oder vernichtet werden müssen. Das ist auch ein Teil der Nachhaltigkeit. Ja, das ist schon die ganze Kunst da dran. Und ihr könnt das bei Amazon bei so vielen Produkten machen, dass ihr denkt, wofür kaufe ich eigentlich noch neue Produkte? Lass irgendwelche Leute die Produkte auspacken und zurückschicken. Und ihr profitiert von einem günstigeren Preis. Und das Produkt ist zu 99,9% in Ordnung. Also von daher, macht es so. Nehmt euch den Tipp zu Herzen. Benutzt meinen Link unten in der Beschreibung. Da habe ich auch unter anderem einen Amazon-Link. Da kriege ich eine kleine Provision für meine Arbeit. Für meine Tipps, die ich euch hier gebe. Und das wäre sehr nett von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.